hallo und herzlich willkommen bei technik time track auf jeden fall vielen dank schon mal für 112 abonnenten und ihr habt auf jeden fall super gut bei dem gewinnspiel mitgemacht ich habe jetzt mit dem gewinnspiel 11 abonnenten dazu bekommen ich hoffe das bleibt auch dabei tendenz steigend hoffentlich natürlich wie gesagt vielen dank an alle abonnenten jetzt noch mal ein ganz kleiner upload plan und zwar morgen um 6 30 kommt ein neues video und zwar fange ich jetzt auch mit dies dass videos an also fast noch anfällt dies dass herr steck 1 kommen morgen da geht es um den baustrom verteiler update und da geht es dann halt auch noch einmal darum wo die unterverteilung jetzt hingekommen ist und morgen nachmittag oder morgen abend dass ich schätze mal so entweder in den zeitraum von 15 bis 20 uhr kommt dann halt das video mit der verlosung wo ich das dann halt mit der verlosung mache ja wie sagt das gewinnspiel läuft bis morgen morgen um 12 uhr also wie sagt noch mal das gewinnspiel bis morgen um 12 uhr dürft ihr hashtag amazon schreiben und ja wie gesagt bis morgen um 12 uhr läuft das gewinnspiel und ja dann wisst ihr auf jeden fall bescheid ja sonst wie gesagt vielen dank für eure abonnenten noch mal dazu und bis denn euer technik tank check